Liebe Zuschauer, schön, dass ihr am Start seid. Wir gucken uns jetzt das Video von KuchenTV an. Der größte Vollidiot der Vogue Bubble. Es geht um Kirchow, das schon mal vorab und mehr weiß ich nicht. Also ich habe es nur im Frontier gesehen, dass da Kirchows Profilbild zu sehen war. Wir sind einfach mal gespannt, was da jetzt so kommt. So Freunde der Vogue Bubble, dieses Video hat mich wirklich einiges an Nerven gekostet. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video liked, um ein bisschen Mitgefühl zu zeigen. Ich habe ja bereits vor einiger Zeit ein Video zu Kirchow gemacht. Das ist ein kleiner Influencer, der auch in dieser Müll-Vogue Bubble ist, mit der wir uns die ganze Zeit auseinandersetzen müssen. Nun hat er in einem Livestream ein Gespräch mit einem Zuschauer von mir geführt, in dem er die ganze Zeit Müll über Montes, Gurus und mich gelabert hat. Und ich glaube, wir müssen uns das mal ein bisschen angucken. Der erste Punkt handelt tatsächlich auch direkt von Chuyoka und da sagt er das hier. Aber ganz kurz, ich muss noch kurz was sagen. Wir haben jetzt ein paar Mal nicht auf Grunde vor reagiert, aber das fällt mir auch schon länger auf. Junge, er hat einen neuen Hintergrund, beziehungsweise seitdem er da eingezogen ist. Und er hat so viele Möglichkeiten, den Hintergrund geil zu gestalten. Und die Gestaltung ist einfach, Carter, sein Vater, in Kaktus, irgendeine vertrocknete Pflanze. Das Buch, das ist auf halb acht. Er hat gesagt, hier ist einfach Playstation 2, GTA und Gravitax einfach. Fein, das Buch, das verstehe ich nicht. Gravitax ist einfach nur ein Spiel. Man kann so viel aus dem Hintergrund, er macht einfach das. Er hat so viele Möglichkeiten, er macht das. Okay, also ein Beispiel für reaktionäre Ansichten wäre zum Beispiel, wenn jemand erklären möchte, warum das Geschlecht schon irgendwo wichtig ist. Zum Beispiel, wenn Chuyoka sagt, hey, als Frau im Internet begegnest du eine andere Form von Hass. Da hast du, das ist einfach ein bisschen anders und das zu erklären. Und dann kommt KuchenTV und sagt, haha, sie will sagen, nur Frauen geht es schlecht im Internet und die werden nur gehasst. Sie hat ja nirgendwo gesagt, dass nur Frauen Hass bekommen, aber genau das sagt KuchenTV dann. Sie stellt es so dar, als wenn nur Frauen Hass im Internet bekommen. Aber das hat sie ja gar nicht gemacht. Sie hat einfach nur die Perspektive von Frauen im Internet erläutert. Welche Stelle er genau meint, das weiß ich nicht, aber er erwähnt das mehrmals in diesem Interview. Und in seinem 80-seitigen PDF hat er das Ganze auch verlinkt und zwar geht es... Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das wissen vielleicht einige noch nicht. Natürlich, Kiercho, ja, das ist derjenige gewesen, der ein 80-seitiges Dokument, ich glaube, über Skirros und KuchenTV geschrieben hat. Der hat einfach eine halbe Doktorarbeit dort abgegeben. Und das hier. Als Influencerin, als weibliche Influencerin, die auch politische und gesellschaftliche Inhalte macht, ist es nicht eine Frage von, hat mich gerade irgendjemand auf dem Schirm, sondern wer ist das momentan? Oh, sie sagt ja gar nicht, dass Frauen anders gehatet werden, sondern dass Influencerinnen, also weibliche Influencerinnen, immer Hate abbekommen, wenn sie politische Arbeit leisten. Ja, nur leider spielt das Geschlecht hier keine Rolle. Dekadent beispielsweise wird auch extrem gehatet und der vertritt ja ungefähr die gleichen Werte wie Shuyoka. Die Bewertungen seiner Videos sind fast alle ziemlich negativ. Sie versucht halt immer ihr Geschlecht... Ja, stimmt, aber das ist mir auch schon aufgefallen. Bei Dekadent, die Bewertungen, die krachen aber komplett. ...vorzuschieben, um sich ja nicht minimal mit Kritik beschäftigen zu müssen. Und ich meine, ein Dekadent ist, by the way, auch so krass gehatet worden, dass das, glaube ich, ein Mitgrund gewesen ist, warum er nach Irland geflohen ist. Lustig ist auch, dass es bei der Frage eigentlich darum gehen soll... Ja, aber ich glaube, bei Dekadent war nicht der Hate, weil er im Internet ein paar komische Kommentare bekommen hat, sondern weil er scheinbar bei wirklich Nazis auf Listen stand. Das ist bei mir durchgesickert irgendwie. Das haben mir Leute gesagt und so und so ist das gewesen. Deswegen ist er da ausgewandert. Er stand irgendwie bei... Weil er halt wirklich sehr krass links ist und auch was gegen Rechte da praktisch unternimmt. Ne, also Rechtsextreme. Und ja, Karl wurde von Faschos bedroht, irgendwie so in der Art. Und deswegen ist er erst, glaube ich, in die Schweiz, wurde mir gesagt. Und dann ist er von der Schweiz nach Irland gezogen. Inwiefern jetzt was wie war, weiß ich nicht. Und er scheint auch... Wurde er nicht gedoxt oder so? Und deswegen war das nochmal ein bisschen problematischer, irgendwie sowas in der Art. Und deswegen ist er nach Irland. Also das war nochmal, glaube ich, ein bisschen noch eine heftigere Story, als dass er bloß ein bisschen gehatet wurde wegen ein paar Videos. Warum ich denn reaktionär, also rechts bin. Und das ist dann seine Antwort, warum der Punkt dafür spricht. Ja, anstatt darauf einzugehen. Na, ich würde sagen, das ist ein Punkt für den Antifeminismus, aber... Ja, Bro, also er sagt selber, dass das kein Punkt dafür ist, dass ich reaktionär bin. Also du hast die Frage wirklich super beantwortet. Das macht er übrigens während dem gesamten Interview. Also es gibt nicht einen Punkt, den er nennen kann, warum das bei mir der Fall sein soll. Aber ich will auch nicht so sein. Wahrscheinlich hat er sich bei dem Punkt ein bisschen verschrieben, denn ein Clip später geht es tatsächlich ungefähr um dieses Thema. Und da blende ich euch jetzt ein, was Shoyoka gesagt hat und was meine Antwort darauf ist. Das ist echt unangenehm, aber ich bin eine Frau mit einer politischen und gesellschaftlichen Meinung. Und ja, ja, das ist ein Frauenthema. Denn meine männlichen Kollegen, die über die gleichen Dinge reden wie ich, bekommen nicht solche Texte von Typen, die ihnen schreiben, wie sie sie verletzten wollen. Das ist ein Frauenthema. Hä? Ja, natürlich kriegen Männer das nicht. Das wäre ja auch maximal homosexuell, oder? Aber ja, natürlich bekommen solche Nachrichten häufiger Frauen, denn das ist für diese Idioten nur mal eine Angriffsfläche, die man nutzen kann. Obwohl das komplett dämlich ist, sowas zu schreiben, da müssen wir nicht drüber reden. Dafür bekommen Männer aber häufiger Schläge oder einen Mord angedroht. Zumindest ist das bei mir immer so. Was ist jetzt schlimmer? Ja, gar nichts. Beides ist wahrscheinlich schon irgendwo gleich schlimm. Also selbst bei sowas versucht sie irgendwie ihr Geschlecht in den Vordergrund zu stellen, um sich noch mehr in die Opferrolle packen zu können, als es irgendwelche Männer machen könnten. Sie hat hier nicht aufgeklärt im Sinne von so, hey, guck mal, Frauen werden im Internet anders gehatet als Männer, Mann. Sondern sie wollte sich damit ganz klar in die Opferrolle stellen. Also hat er an der Stelle recht. Ja, hat er an der Stelle recht. Klar, also wir bekommen weniger praktisch mit, so, yo, yo, ich fahre, ne, weide, geht dich und so. Das bekommen wir nicht mit. Es gibt aber halt, also die Beleidigungen und die Drohungen gehen auf jede Art und Weise praktisch rüber, ne. Und deswegen, ja, würde ich mal sagen, egal ob männlich, weiblich, was auch immer, ja, dazwischen. Denn, ähm, du bekommst, egal mit welchem Geschlecht, sehr, sehr komische Nachrichten ab, ne. Und deswegen kannst du, das ist keine, das ist keine Sache von, ja, das Geschlecht explizit wird da nur gehatet. Oder das Geschlecht wird da nur gehatet. Das ist Quatsch, ne. Also jeder bekommt da irgendwie, äh, Scheiße ab. Zumindest, wenn du ein bisschen größer bist, vielleicht mal ein bisschen annexed, dann bekommst du oft solche Nachrichten. Oder hin und wieder solche Nachrichten. Sagen wir es einfach mal so. Dane und sagen, äh, meine männlichen Kollegen bekommen nie solche Nachrichten, ich bekomme immer solche Texte. Ja, Frauen werden anders gehatet. Das habe ich da auch schon eingesehen, lustigerweise, obwohl Kurt schon das Gegenteil behauptet. Ich finde aber trotzdem, dass Gewalt oder Morddrohungen, zum Beispiel gegen mich oder gegen Männer allgemein, nicht weniger bedrohlich sind, als Nachrichten, die Frauen bekommen. Sie versucht es halt wieder auf ihr Geschlecht zu schieben, obwohl jeder Hate bekommt. Mein Punkt ist nicht, dass sie sagt, dass sie Hate bekommt oder was für Hate sie bekommt. Ja, man bräuchte da, also da gibt es halt wahrscheinlich auch nicht wirklich Statistiken, aber man bräuchte eine Statistik. Wird eine Frau mehr gehatet als ein Mann für die gleichen Sachen, die gesagt werden und getan werden. Das wäre interessant zu wissen und dann könnte man sagen, ey, yo, ist tatsächlich statistisch so, Frauen, da wird alles mehr auf die Goldwaage gelegt und die wird schneller gehatet. Das wäre mal interessant zu wissen, ob das dann wirklich so ist. Dann hätte man hier vielleicht irgendeinen Punkt, um den man da reden kann, aber ansonsten ist das ja jetzt hier gerade ein bisschen Quatsch. Die Leute feiern es, wenn jemand komplett dumme Aussagen bringt und Kuchen die auseinander nimmt. Das hat nichts damit zu tun, dass es eine Frau ist. Nee, richtig, aber die Videos mit Frauen werden trotzdem sehr viel mehr geklickt. Das erzeugt sehr viel mehr Spannung, sehr viel mehr Reichweite. Das kommt doch aber auf die Aussagen drauf an. Also damals hat man auch Videos, wurden auch krass angeklickt, auch wenn es männliche waren. Miguel Pablo zum Beispiel, der ganz komische Videos gemacht hat. Also das kommt doch immer auf das Thema drauf an, wie brisant das ist und wie lost teilweise Aussagen sind. Oder in was man sich da jetzt so hineinrennt. Das ist halt einfach nachweislich gelogen. Gucken wir uns einfach mal meine 16 beliebtesten Videos an. Ja, das sind tatsächlich... Junge, das ist ja wirklich Miguel Pablo. Ganz von Miguel Pablo. Ich habe das jetzt einfach nur als Beispiel genommen, weil ich weiß, dass Grunewald öfter mal Videos gegen Miguel Pablo gemacht hat und die gut abgegangen sind. ...sieben Frauen drunter. Lustigerweise auch sieben Typen, also Frauenquote bei mir auf jeden Fall erfüllt. Aber willst du mir jetzt wirklich sagen, dass die Leute sich bei einer Paulana, bei einer Dagi oder bei einer Bibi gedacht haben, Boah, endlich schießt er gegen Frauen. Dieses Video gucke ich mir jetzt an. Wie der andere Typ ja auch schon gesagt hat, gehen die Videos viral, weil die Aussagen der Leute einfach extrem dumm sind und das die Leute deutlich besser unterhält. Oder... Das ist immer eine Themenfrage. Das hat nichts mit Geschlecht zu tun. Das ist immer eine Themenfrage. Wie brisant ist das Thema? Wie lost sind die Aussagen? Und dann wird das dann halt gehypt, ne? Wenn da jetzt ein Skandal ist, ja, dann wird das immer gepusht. Das ist einfach so. Ja, das hat dann nichts mit dem Geschlecht zu tun. Das hat was mit der Aktion zu tun. Das Thema ist halt einfach gerade generell im Hype. Ich habe auch mal ein Video über so einen kleinen Kritiker gemacht, der 100 Abonnenten hatte. Das Video dazu hat 500.000 Aufrufe erreicht. Ein Blazing Daniel beispielsweise kennt auch niemand. Das Video, was ich über den gemacht habe, hat aber 1,2 Millionen Aufrufe erreicht. Und auch mein erstes Video gegen Ahmad hat über 700.000 Aufrufe, obwohl der Typ zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so 10.000 Abonnenten hatte. Den Leuten ist das Geschlecht vollkommen egal. Die haben einfach Bock, richtig loste Leute wie dich in meinem Video zu sehen. Meine Videos über Frauen klicken sich überhaupt nicht besser, als wenn ich einen Mann kritisiere. Wie viel Aufrufe hat das Video eigentlich? Nach einem Tag 200.000, das ist schon überdurchschnittlich, glaube ich. Also das wird dann wahrscheinlich noch hochwandern auf 300.000. Ja, doch vielleicht so auf 300.000. Also hat das Video hier auch schon wieder genau die Wirkung gezeigt. Das ist kompletter Quatsch. Und wenn nicht, dann kannst du mir das ja gerne mal anhand von irgendwelchen Statistiken zeigen, oder? Ja, das Shoyoka-Thema ist natürlich gerade sehr beliebt. Shoyoka und Freiraum reklicken sich gut, aber es geht ja ums Allgemeine und nicht um zwei Frauen, die man sich rauspicken kann, oder? Vor allem gibt er im Grunde auch genau das eigentlich zu. Okay, warte, lass mich auf Kuchen seinen Kanal schauen. Also ich glaube, dass die Videos jetzt, beispielsweise das letzte Video gegen Dara kam mindestens genauso gut an wie das gegen Freiraum re, oder? Stimmt, ja. Also jetzt, jetzt, ja. Das ist halt die Plausible Deniability-Karte. Also wie? Ich weiß. Hä? Was für eine Karte? Bitte was? Was Plausible? Ist das sowas wie, äh, äh, ist das sowas wie, äh, äh, ist das sowas wie, äh, storastischer Terrorismus, was er jetzt gerade erzählt hat? Plausible Deniability. Das ist, ah ja, ich mach doch auch Videos über andere. Ja, richtig, aber in der Intensität. Plausible Deniability. Einfach. Macht er die Videos nur über die Woke Bubble? Ja gut, Bro, aber wenn sich das Dara-Video genauso klickt und Dara keine Frau ist, dann hast du dir eigentlich gerade selbst widersprochen. Und ja, momentan... Einen Kuhn-DV. Jetzt müssen wir aber mal ganz kurz darüber sprechen, dass es eindeutig... Plausible... Ne, Plausible Deniability. So, so. Das ist es offensichtlich. Tick-Tack. Kommen relativ viele Videos zur Vogue Bubble. Was aber vielleicht auch so ein Quillstchen daran liegt, dass ihr auch sehr oft über mich redet. Die beiden Videos über Kurt Scho habe ich gemacht, weil er über mich gesprochen hat. Etliche Videos über Freiraum Reh und Shoyoka ebenfalls. Und auch Leute wie Dara haben mich in ihren Streams die ganze Zeit erwähnt, weswegen ich Videos dazu mache. Nicht nur, das will ich gar nicht sagen, aber die meisten Videos wären gar nicht entstanden, wenn ihr mich ignorieren würdet. Aber danke dafür, das ist geiler Content. Bitte macht weiter. Der Typ beschwert sich halt wirklich darüber, dass ich mich einfach nicht mehr wehren soll. Das ist... Das ist... Keine Ahnung. Ja, ja, und so weiter. Die Sachen, wo Leute einfach dumm sind und die man... Also dumme Takes bringen. Und Kuchen, die wirklich... Ja, aber Skoros bringt auch die ganze Zeit dumme Takes. Tobias Hoch bringt auch andauernd dumme Takes. Der hat letztens gesagt, dass der Illigella Cup nicht ausverkauft sein wird. Wo ist das Video von KuchenTV da drüber? Existiert nicht, weil es sein Freund ist. Wo ist nur mein Video über Tobias Hoch, weil er zu einem Event gesagt hat, dass das nicht ausverkauft ist, obwohl es doch ausverkauft gibt. Stell dir mal vor, du machst ein Video, wo es einfach nur um diese Aussage geht. Junge, Tobias Hoch, du bist so ein Lügner geworden. Ja, also wer macht denn dazu ein Video? Das ist doch übel langweilig. Mann, das mache ich nur, weil ich mit ihm befreundet bin. Denn das ist so ein wichtiges Thema. Wie konnte ich das nur ignorieren? Unfassbar, wie ich hier meine Freunde beschütze. Dass ich da kein Exposed-Video gegen ihn gemacht habe. Also da komme ich selber noch nicht drauf klar. Joka hat ja Streams lang über KuchenTV abgelästert. Und KuchenTV hat sich dann halt verteidigt. Wenn diese Leute im Titel stehen, die Annahme haben, dass das ein spannendes Video wird, weil sich Leute komplett blamieren. Und das ist das, was die Community feiert und was die Leute mehr anschauen. Hat er sich auch verteidigt, als Freiraum Re auf Oliver Pocher reagiert hat? Bei 13 Fragen. War das auch eine Verteidigung? Oder als er angefangen hat, über Hogwarts Legacy und J.K. Rowling zu reden und ihre Transfeindlichkeit, die er nicht wirklich erwähnt hat? Wisst ihr, was ich hier dran lustig finde? Der Typ sagt beiläufig, dass ich mich teilweise ja auch gegen Shuyoka verteidigt habe. Die komplette restliche Argumentation ignoriert Kürtchow jetzt komplett und bringt x Beispiele, wo ich mich nicht verteidigt habe, sondern wo ich Shuyoka einfach so kritisiert habe. Das andere Argument, dass Leute einfach auf dumme Aussagen von anderen stehen, wird komplett ignoriert, weil er gar nichts dazu sagen kann. Aber in den drei Videos hat sich KuchenTV gar nicht verteidigt. Obwohl das gar nicht der Hauptpunkt war. Das hat er in einem Nebensatz erwähnt. Digga, Kürtchow, wirklich, wie kann man so schlecht argumentieren? Und ich meine, eigentlich ging es auch immer noch darum, dass Videos über Frauen besser geklickt werden. Deswegen macht seine Antwort hier eigentlich noch weniger Sinn, weil er absolut vom Thema abgelenkt hat. Natürlich greift er auch an, aber das darf man ja, wenn man was öffentlich äußert, darf jeder so viele Videos dagegen machen, wie man will. Aber das hat nichts damit zu tun, dass es eine antifeministische Hetzkampagne ist. Naja, doch schon. Wenn man die ganze Zeit sich im Kreis dreht mit den anderen Leuten, immer auf sich selber reagiert. Monte reagiert darauf, dann reagiert Kuchen nochmal darauf. Aber eine antifeministische Hetzkampagne, also fühle ich jetzt auch nicht. Also was hat denn, was hat denn das eigentlich mit antifeministischer Hetz? Also warum antifeministisch so von mir aus sagt, ja, Hetzkampagne, weil er da 20 Videos schon darüber gemacht hat und das hat sich halt gut klickt und bla 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 oder das oft thematisiert, sagt das halt von mir aus, mir ist scheißegal, muss man am Ende des Tages selber mit klarkommen. Aber antifeministisch weiß ich jetzt nicht, ob man das jetzt so direkt dann noch dazu sagen sollte. So sag einfach, für dich kommt das rüber, als wäre es hetzen, so alles gut, ne, ist ja schön, aber weiß ich nicht, ob das jetzt überhaupt passend ist, da antifeministisch direkt zu sagen. Und daraus mach ich dann auch nochmal ein Video. Wenn immer, wann immer die Kritik rankommt, wird immer wieder auf diese eine Sache referenziert. Und ach ja, wisst ihr noch damals, dieser Take von der sexuellen Belästigung, den wir erfunden haben, aber wir sagen euch nicht, dass wir ihn erfunden haben, das wird immer wieder referenziert. Immer und immer wieder. In jedem Video. Ach so. Es ist eine antifeministische Hetzkampagne, weil wir uns im Kreis drehen und ich immer nochmal auf die Videos reagiere, auf die Montefurin reagiert hat. Ja gut, ich will jetzt natürlich nichts sagen, aber das mach ich halt bei jedem Video, egal was das Thema ist. Das ist... Was? Warte, ey, warte, in jedem Video. Ach. Ich sag nicht, dass wir ihn erfunden haben. Take von der sexuellen Belästigung, den wir erfunden haben, aber wir sagen euch nicht, dass wir ihn erfunden haben. Das wird immer wieder referenziert. Immer und immer wieder. In jedem Video. Ach so. Es ist eine antifeministische Hetzkampagne, weil wir uns im Kreis drehen und ich immer nochmal auf die Videos reagiere, auf die Montefurin reagiert hat. Ja gut, ich will jetzt natürlich nichts sagen, aber das mach ich halt bei jedem Video, egal was. Ja, Monte Fronted Apparat Komplett, Monte Reaction auf Frauen Ultimate Team, Monte zerstört Achmat Komplett. Das Thema ist, das ist echt antifeministisch, es ist unfassbar. Und Shoyoka hat ihm sexuelle Belästigung vorgeworfen. Das, was Shoyoka hier in ihrem Statement schreibt, beschreibt eine Situation, in dem Skurrus sie belästigt hat, auf sexueller Basis. Was soll das sonst sein, Bro? Erklär uns das bitte. Ich meine, selbst Dekal Dent hat im Stream schon gesagt, dass das sexuelle Belästigung ist. Dekal Dent, kannst du bitte auf ihn hören, wenn du schon nicht auf uns hörst? Was ich auch nicht so ganz verstehe, ist, was soll daran überhaupt antifeministisch sein? Ich meine, sag von mir aus, dass wir uns auf Shoyoka eingeschossen haben. Okay, damit kann ich leben. Aber wir sind antifeministisch, weil wir ein paar Videos über eine Frau machen. Also Shoyoka steht jetzt vor... Also ich muss auch an der Stelle sagen, habe ich ja auch gerade eben schon mal erwähnt, ich finde jetzt auch nichts... Also jetzt, ne, antifeministisch so, also warum ist das jetzt antifeministisch? Also gegen Gleichberechtigung der Frau so... Verstehe ich nicht, fühle ich nicht. Für uns einfach für Frauen oder für Feminismus oder wie soll ich das Ganze verstehen? Dann ist es trotzdem noch ein Vorwurf, mit dem sie die Absicht hatte, Skurros komplett tot zu machen. Weil wenn so ein Vorwurf gegen einen Mann im Raum steht, dann werden die meisten... Luke Mockridge ist nicht komplett tot, Skurros hat einen Millionendeal beim Casino, nichts passiert in unserer Gesellschaft, wenn jemand sowas macht. Rammstein ist gek... Junge, Luke Mockridge, das, was ich mitbekommen habe, ist, dass er Selbstmordgedanken nach der ganzen Thematik hatte und in eine Psychiatrie musste, weil es dem sehr, sehr schlecht ging. Also, ja, er ist nicht tot, aber das hätte dazu führen können, dass er tot ist. Bro, what the fuck? Ist kein gutes Beispiel, was er gerade eben hier genannt hat. Patrick, grüß dich. Cancel. Auf jeden Fall, das wird jetzt auch Grunde vor Save nehmen, um das als Gegenargument zu bringen, weil es echt dumm ist. Die lachen sich doch alle kaputt. Ah, na klar. Also, wenn Luke Mockridge natürlich glücklicherweise nicht gestorben ist, weil er vorher durch Kollegen noch zwangseingewiesen wurde, bevor er sich was angetan hat, wurde er plötzlich auch gar nicht mehr gecancelt. Ist ja eigentlich alles gut. Mein Gott, so ein paar Monate in der Geschlossenen sind ja auch wirklich nice. Und ja, Skurrus wurde öffentlich nicht gecancelt, weil Shuyoka da schon in der Kritik stand und weil er zumindest einen kleinen Indiz dafür zeigen konnte, dass das nicht passiert ist, was sie ihm vorgeworfen hat. Aber solche Vorwürfe können doch trotzdem dafür sorgen, dass dein Ruf komplett zerstört ist und du als Influencer nicht mehr richtig arbeiten kannst. Ja, bei Skurrus ist es nicht passiert. Und dann ist es in Ordnung, falsche Vorwürfe zu droppen, oder was? Wenn es so wäre, dass Shuyoka ihn zu Unrecht beschuldigt hätte, dann wären ja die ganzen Videos und alles absolut gerechtfertigt gegen Shuyoka, weil damit würde es ja Frauen, denen sowas wirklich passiert, wäre nicht gerechtfertigt, weil du immer noch das absolut schädigst. Nee, es wäre nicht gerechtfertigt, weil du dann immer noch die Meinung in der Öffentlichkeit vertrittst. Frauen sollte man nicht glauben. Okay, Shuyoka droppt falsche Vorwürfe, aber Skurrus darf dazu kein Video machen, weil ansonsten könnte man ja denken, dass Frauen lügen bei solchen Sachen. Ja, du beleidst, Skurrus, also ab sofort, wenn irgendeine Frau dir irgendwas vorwirft, auch wenn es eine Influencerin ist, du darfst leider nie wieder irgendwas dazu sagen, weil man soll ja nicht den Eindruck erwecken, Frauen würden lügen. Das geht ja gar nicht. Er hat zumindest eine Gegendarstellung gebracht. Ja. Keinen zu 100%igen Beweis, aber er hat schon deutlich mehr gemacht, als er machen müsste. Ja, warum hat er das dann gemacht? Frag dich das mal. Hey. Warum hat er sich verteidigt gegenüber einem ziemlich schwierigen Vorwurf? Warum hat er sich einfach verteidigt? Ist schon, muss doch irgendwas Psychologisches dabei sein, oder? Weil man Frauen in der Öffentlichkeit diskreditieren möchte. Junge, ey, also Kürtio, das ist doch, also wirklich, wie kann man sich denn so blamieren? Real talk jetzt. Das lässt sich doch schon wieder massiv schlecht dastehen, wenn du die ganze Zeit so einen Schwachfug erzählst. Was ist das denn für eine Aussage? Also, pass auf, stell dir jetzt vor, eine Frau, eine Frau erzählt jetzt Lügen über, also jetzt beispielsweise, nur mal so, eine Frau erzählt jetzt Lügen über Kürtio, dann darf Kürtio sich nicht äußern, weil wenn der sich äußert, dann würde man sagen, Junge, zweifelst du etwa da an, oder würdest du sagen, sie lügt oder wie? Also, was ist denn das? Oder willst du jetzt irgendwie anzeigen, dass die Frau da nicht recht hat? Der ist ja cringe, Bro. Ganz komisch, man. Man möchte Feminismus in der Öffentlichkeit diskreditieren, Progressivität diskreditieren. Genau, Skoros möchte nämlich nicht damit erreichen, dass er in der Öffentlichkeit nicht als Belästiger steht, sondern das einzige Ziel war es einfach, Feminismus kaputt zu machen und die Progressivität der Gesellschaft anzugreifen. So ein Schwachsinn. Wirklich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wie kann man sich selber so einen Schrott einreden? Wirklich, ich blick's einfach nicht. Genauso das hier. Gewalt gegen Transmenschen ist ja auch Gewalt gegen Menschen, oder? Ja, aber warum sagt er Gewalt gegen Menschen, wenn da explizit steht Gewalt gegen Transmenschen? Weil er nicht sagen will, dass er gegen Gewalt gegen Transmenschen ist, weil sonst werden die Leute denken, dass er zur Wokebubble gehört. Deswegen will er das nicht aussprechen. Er gehört nicht zu. Nee, richtig, er gehört da nicht zu. Deswegen muss er um jeden Preis dafür kämpfen, dass es zu missrepräsentieren. Korrekt? Ich habe keine Ahnung, worauf er sich bezieht. Ich habe bei Twitter einfach mal nachgefragt, aber da hat er nicht geantwortet. Da sage ich auch später noch was zu. Aber ja, wahrscheinlich habe ich das falsch gesagt, damit die Leute nicht denken, dass ich zur Wokebubble gehöre, wenn ich die Meinung habe, dass man keine Gewalt gegen LGBTQ-Leute einsetzen soll. Eine Sache, die ich übrigens schon in 10 anderen Videos und 50 Livestreams gesagt habe, weil Gewalt generell kacke ist. Vor allem, ich mache 20 Videos gegen diese Wokebubble. Aber wenn ich dann einmal sowas erwähne, denken meine Zuschauer, dass ich zu dieser Wokebubble gehöre. Das ist so absurd. Ich kann das gar nicht gegen... Also vor allem, ja, also es ist so absurd. Diese Wokebubble gibt es nur, weil KuchenTV damals diese Bubble einfach Wokebubble genannt hat. Also nur durch ihn existiert diese Begriff Wokebubble, würde ich mal fast meinen. Also ist nicht KuchenTV derjenige, der es überhaupt groß gemacht hat, dieses Thema, ja die Wokebubble? Also ich würde fast meinen, dass KuchenTV genau derjenige ist, der halt eben nicht zur Wokebubble dazu gehört, oder wie man das auch mal nennen mag, weil er der Inbegriff von der Gegenseite praktisch ist. Dokumentieren, ich weiß gar nicht, wie man das... Nee, das ist eher so ein Texaner-Ding. Okay, ja gut, keine Ahnung, ich weiß nur, ich kenne nur diesen Begriff mit dieser Wokebubble durch KuchenTV. Kräften soll, das ist so dumm. Lustigerweise gibt es trotzdem Videos, wo ich mich für LGBTQ ausgesprochen habe, sowohl auf KuchenTV als auch auf KuchenTV Uncut, als auch in Streams. Deswegen macht die Aussage noch weniger Sinn, weil ich das ja sogar mache, was er mir vorwirft. Ich bin übrigens allerdings auch hierarchisch und rechts unterwegs wegen diesem Punkt hier. Der ist sehr hierarchisch unterwegs, ne, freut sich immer, wenn Geld reinkommt. Der macht das ja alles als... Das ist ja sein... Digga, er freut sich, wenn Geld reinkommt. Nee, Mann, Alter, ich fange immer an übel zu heulen, wenn Geld reinkommt. Stell dir mal vor, dir geht es finanziell am Ende des Tages noch gut. Junge, das ist cringe. Er freut sich, wenn... Er hat gerade wirklich einfach gesagt, er freut sich, wenn Geld reinkommt, ey. Ich hoffe, dass die weiteren Worte jetzt sinnvoller sind, als das, als gerade eben kam. Sein Job. Achso, ja, klar. Junge, da kommt nichts Besseres. Okay, warte mal, das muss ich nochmal angucken. Ist auch hierarchisch und rechts unterwegs wegen diesem Punkt hier. Der ist sehr hierarchisch unterwegs, ne, freut sich immer, wenn Geld reinkommt. Der macht das ja alles als... Das ist ja sein Job. Achso, ja. Nee. Das ist, äh, sein... Das ist sein... Das ist sein... Das ist ja fast... Stell dir mal vor, du gehst arbeiten, verdienst doch gutes Geld dabei. Stell dir das mal vor, das ist ja üble Scheiße. Ich finde, dich sollte man dafür erst mal enteignen. Ja, klar. Wer Geld... Vorhin hast du auch geheult bei der 100-Euro-Spende-Kaffee. Ja, auf jeden Fall. Zu 100 Prozent. Leute, spendet alle 100 Euro. Wirklich, ich bin sehr undankbar. Und dann werde ich die ganze Zeit rumheulen und ich werde natürlich das Geld einfach wegschmeißen, weil, Junge, als ob ich mich freue, Geld zu bekommen. Cringe. Er ist natürlich hierarchisch unterwegs und ist einfach rechts. Muss man wissen. Kürtcho, vielen lieben Dank für diese tolle Meinung. Ich meine, klar, bei euch wird's auch allen so sein, ne? Der Chef will euer Gehalt überweisen und ihr sagt dann so, Chef, ganz ehrlich, ich bin nicht rechts. Behalten Sie bitte ihr Geld. Ich arbeite hier kostenlos, weil's mir Spaß macht. Aber auch Monte ist unfassbar schlimm. Er hat nämlich Shuyoka objektifiziert. Und zwar hier. Wo wurde denn, ähm, Shuyoka objektifiziert? Naja, von Kuchen und Monte zum Beispiel, weil Leute im Chat geschrieben haben, hey, findest du Shuyoka attraktiv? Das ist eine Frage, die brauchst du gar nicht beantworten. Kannst du direkt löschen. Naja, also die Frage kannst du definitiv löschen und du brauchst es auch absolut nicht beantworten. Ist das nicht Objektifizierung? Also wüsste ich jetzt auch nicht. Es ist einfach halt eine Bewertung. Ob die nötig ist? Nö. Wurde sie gemacht? Ja. Aber weiß ich jetzt nicht, ob man das als Objektifizierung benennen kann. Warum ist das überhaupt Thema? Warum beantwortet man so eine Frage überhaupt? Würdest du es lustig finden, wenn Leute jetzt hier bei mir im Chat sagen würden, hey, findet ihr Hugo attraktiv? Also erst mal, ja, an sich ist es natürlich unnötig, das Aussehen von einer Person zu bewerten. Aber ganz ehrlich, es ist komplett... Junge, aber eine Sache muss ich mal sagen, die stört mich irgendwann mal, auch bei Kuchen.TV. Also ich weiß nicht, es bekommen nur ein paar Leute wahrscheinlich hier in meinem Chat von Kuchen.TVs Twitter-Grind mit. Aber ich bin ja auf Twitter, ich schaue mir das doch an und Trollen ist ja schön und gut, aber wie oft er sich einfach über Fette lustig macht und die ganze Zeit wirklich Fettshaming betreibt auf wirklich einer sehr, sehr respektlosen Art und Weise und Leute bloßstellt, die ein bisschen mehr beleibt sind, sage ich mal, das ist dann irgendwann einfach nicht mehr lustig. Ja, also das kann man ein, zwei Mal machen, auch wenn es das schon geschmacklos ist, aber momentan ist das wirklich permanent und ich denke mir auch so, Alter, das ist wirklich absolut respektlos und es ist halt auch nicht lustig, wenn du die ganze Zeit auf das Aussehen anderer gehst und sagst, wie fett die Personen sind. Warte, zum Beispiel, also pass auf, der hat das jetzt in letzter Zeit sehr, sehr oft gemacht und dann habe ich heute Folgendes gesehen und dachte ich, also warum denn eigentlich? Warte, wo war das? Hier. Das hier. Also sowas zu teilen, zum Beispiel. Meinung, Fragezeichen und dann ist genau dieses Video hier. Okay. Oh wait, ich mache nicht die Musik an. Es ist einfach, also, es ist super respektlos einfach. Ich weiß nicht, ob das, also, weißt du, wenn es mal lustig ist, was weiß ich, aber es ist permanent gerade so, weißt du, da denke ich mir auch so, Mann, das ist so voll negativ, das ist so, das ist so schamlos einfach, so, weißt du, man kann auch mal einen Witz machen, man kann auch mal einen Joke machen, gar kein Problem, aber es ist gerade wirklich, ist gerade wirklich permanent so und das nicht auf dem Kuchen.TV, es gibt viele Leute, die gerade einfach nur deshalb, weil natürlich auch Kuchen.TV ist ziemlich groß und Leute finden das dann mega lustig und dann machen die sich permanent über irgendwelche Menschen lustig, die sich halt einfach mal auf Twitter zeigen, ne, ähm, da, 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 zum Beispiel, schickt da eine, da schickt eine ein Bild mit der Frage, äh, was macht das mit euch, ja, schickt eine Frau ein Bild von sich mit der Frage, was macht dieses Bild mit euch und da schreibt Kuchen.TV, motiv, äh, es motiviert mich, Sport zu machen. Sie hat einfach ein Bild, sie hat einfach ein Bild gepostet mit einer Frage und Kuchen.TV hat nichts Besseres zu tun, als dort dann zu schreiben, ja, es motiviert mich, Sport zu machen. Also, was einfach mega respektlos ist. So, und das kommt grad wirklich, es kommt grad jeden Tag, hab ich das Gefühl, kommt übelst krasse Fettfeindlichkeit. Also, sobald jemand beleibter ist, wird, wird hingeschrieben, ja, mach, mach Sport oder nimm ab oder Fett oder, oder schreibt jemand einfach Fett. So, das ist einfach, was macht das, was macht das damit jemand, der die ganze Zeit solche Kommentare bekommt, obwohl man halt einfach so aussieht, wie man aussieht. Du kennst ja auch nicht die, die, die Hintergründe von einer Person, weshalb sie auch so aussieht. Vielleicht macht sie auch die ganze Zeit Sport, und vielleicht ernährt sie sich auch gesund. Vielleicht hat sie aber eine Stoffwechselerkrankung, vielleicht hat sie einfach eine Krankheit und kann gar keinen Sport machen. Du weißt ja nicht, was die Geschichten hinter den Leuten sind. Deswegen ist es immer, ich fühle das nicht, die ganze Zeit, die ganze Zeit so voll dagegen zu shooten. Finde ich, ist ein ganz, ganz merkwürdig und super unsympathischer Grind. Menschlich, wenn du eine Person siehst, im ersten Moment ordnest du sie ganz automatisch in irgendwelche Schubladen ein oder denkst dir so, ja, die Person finde ich attraktiv oder halt nicht. Ich weiß nicht, warum das so schlimm sein muss, wenn man einmal in 20 Videos diese Frage gestellt bekommt und darauf antwortet. Lustigerweise kann es aber auch gar kein Objektifizieren sein, weil Monta hat das hier geantwortet. Ich finde, sie ist eine gut aussehende junge Frau, aber Charakter macht auch hübsch oder nicht hübsch, attraktiv und unattraktiv. Und bei ihr ist das Problem, überhaupt darüber zu diskutieren, finde ich so ein Quatsch, dass ihr, also, da knallt es charakterlich aus allen Ecken und Kanten. Und ich meine, ich will dir jetzt nicht komplett die Ehre nehmen, aber ein Objekt kann per Definition keinen Charakter haben. Also, er kann sie gar nicht objektifizieren, wenn er den Charakter mit einbezieht, nur mal so nebenbei. Und by the way, weil ich cool bin, dürft ihr gerne meine Aussehen bewerten. Aber heute nicht meine Haare, ich komme vom Fußballer und ich habe noch nicht geduscht. Aber wir haben 6-0 verloren, also like das Video. Dafür ist Kirchow übrigens auch sehr gut weiter am Lügen. Er ist nicht verurteilt, er ist unschuldig. Doch, er ist verurteilt. Was, ich finde, ich muss mal kurz drauf eingehen, ich finde, du siehst das nur aus einer Perspektive, andauernd so ein Spaß ist nicht okay. Ja, also, das ist nicht in Ordnung, ist ja aber momentan so. Aber mit dem Bild und wenn ich ein Bild von mir sehen würde, wo ich fett bin, würde ich mir selbst Aussagen abnehmen. Das heißt, du darfst kein Bild mehr posten, du darfst nichts mehr posten, kein Bild von dir, weil du vielleicht gerade etwas kräftiger bist und dann musst du damit rechnen, dass Leute schreiben, ja, guck mal, du bist fett. Das ist einfach super respektlos. Also, was ist, pass mal auf, was ist, wenn du schwanger bist und dann ist es ganz normal, dass du zunimmst, das ist völlig logisch, dann gebärst du beispielsweise das Kind, hast ein bisschen Restfett einfach da, vorher warst du vielleicht extrem schlank, alle haben dich so übel gefeiert und dann bist du ein bisschen dicker geworden und dann darfst du kein Bild mehr posten oder du, wie gesagt, hast eine Krankheit oder du kannst keinen Sport machen oder dein Stoffwechsel ist kacke, dann darfst du keine Bilder mehr posten, weil du bist ja fett. Das ist eine Scheiße, also ich finde das wirklich übel, übel respektlos, wirklich. Ich komme darauf nicht klar und ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, mit 14 Jahren oder so oder mit 13 Jahren oder mit 15 Jahren habe ich das vielleicht lustig gefunden, ja, oder dachte ich so, ha 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 lustig, wobei, nee, fand ich damals auch nicht lustig, weil wir hatten auch in der Klasse damals eine, die wurde auch deswegen gemobbt, das fand ich absolut uncool, ne, wurde auch gesagt, irgendwas mit Panzer und bla bla und das fand ich absolut, das fand ich richtig scheiße, habe ich wirklich gar nicht gefühlt und ich finde es einfach uncool, ja, lass das einfach. 2016 wurde er verurteilt für zwei Witze über den Holocaust, ja, zwei Witze auf Twitter. Das ist eine Revision. Nein, das ist ein anderes Verfahren. Ach so, ja, 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 Bro, es waren nicht zwei Witze, es war nur einer. Okay, gut, jetzt aber mal wieder ernsthaft. Will ich angebieten, warum sollte der mir ein Gespräch anbieten? Der wollte eigentlich auch mal in irgendeinem Video, in irgendeinem Video hat er auch gesagt, dass er vielleicht mit Dara redet und das ist auch bisher nicht passiert, also, er ist nicht wirklich diskursoffen, stattdessen hat er dann ein Video über Dara und Imp gemacht, also, ich weiß ja nicht. Ich bin also nicht diskussionsoffen, na, dann gucken wir mal. Also, warte, also, wenn Kuren.TV nicht diskussionsoffen ist, dann weiß ich auch nicht, also, das eben zu unterstellen ist, der größte Schwachsinn, bei Kuren.TV bietet sogar immer Gespräche an, bei einem Kaffee und Kuchen beispielsweise, mit sämtlichen Personen, die er schon kritisch behandelt hat, ne, also, der hat, glaube ich, mit niemandem da wirklich ein Problem, also, ihm würde ich jetzt nicht, äh, nicht vorwerfen, dass er nicht gesprächsbereit ist. Das war mal, mit wem ich all das schon Gespräche geführt habe. ApoRed, Hishem, Roos, Timjaken, Politopia, Destroys, mit einem Drachenhater und Ahmad. Es gibt auch noch mehr, aber das ist das, was ich auf die Schnelle gefunden habe. Stimmt, ich bin überhaupt nicht offen für Gespräche, plus, ich hab's ja Freiraum Reh und Shoyoka auch noch zusätzlich angeboten, die wollten aber aus irgendeinem Grund nicht. Dass das mit Dara bisher noch nicht passiert ist, das stimmt, das will ich auch immer noch machen, das Ding ist aber, dass er momentan ein paar Probleme hat, deswegen war er auch schon seit über einem Monat nicht mehr live auf Twitch, also, das ist gerade wirklich nicht meine Schuld. Dann auch sowas hier. Also wie gesagt, mich hat er nie gefragt. Dich hat er nie gefragt? Nee. Ich bin ja auch ein bisschen besser vorbereitet, ne? Naja, du bist... Ich glaube, der würde ungern mit jemandem darüber reden, dass er ein Volksverletzer ist, der ganz genau weiß, dass er ein Volksverletzer ist. Ich glaube nicht, dass er mit so jemandem reden würde. Ja, Mann, ich habe schon 100 Gespräche geführt, mit allen möglichen Leuten, aber gegen den großen Gott Kirchow trau ich mich natürlich nicht in eine Diskussion, weil er ist einfach super vorbereitet und auch argumentativ der Beste, wie man ja auch in diesem Video mal wieder sieht. Er hat halt wirklich... Also gut, ich weiß nicht, wie lange das Gespräch wirklich ging und wie viel dann noch gesagt wurde, was wir jetzt nicht mitbekommen. Aber Kirchow hat halt gefühlt nicht einmal recht gehabt bei dem, was er hier erzählt. Gut, Corona vernimmt natürlich auch nur die Punkte rein, die halt falsch sind, aber das ist jetzt schon ganz schön viel, was falsch ist. Ich habe hier wirklich einfach Angst und ich bin nicht diskussionsoffen, weil man ist nur diskussionsoffen, wenn man auch mit Kirchow redet. By the way, habe ich euch ja vorhin schon gezeigt, dass ich ihn bei Twitter ja wegen einer Sache sogar geschrieben habe und bisher hat er mir noch nicht geantwortet. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten, wäre sehr komisch, wenn er sagt, dass ich nicht diskussionsoffen bin, mir aber nicht mal eine Frage privat beantworten möchte. Auch die Aussage, ja, weil ich weiß, dass er ein Volksverhetzer ist, verstehe ich nicht so ganz. Ja, ich wurde 2016 wegen einem Witz verurteilt und jetzt gibt es gerade ein zweites Verfahren, was ich wahrscheinlich gewinnen werde. Ich verstehe jetzt aber nicht, was das jetzt für ein Gegenargument ist, weil, Bro, das habe ich selber öffentlich gesagt. Das ist jetzt keine Insider-Information oder so. Ich habe selber Videos dazu gemacht. Also, jeder, der sich damit beschäftigt, weiß das auch. Also, was soll das für ein Grund sein, nicht mit dir zu reden? Warum sollte man ihn anschreiben nach einem Gespräch, wenn er sagt, er möchte gerne ein Gespräch haben? Sollte er dann nicht die Leute anschreiben nach einem Gespräch? Naja, wenn du jetzt sagst, er sucht kein Gespräch? Tut er ja nicht, wenn er einfach nur sagt, ja, ich bin für ein Gespräch offen. Er will ja nicht aktiv auf die Leute zugehen. Vicky, danke für den Sub, Mann. Aber es muss die anderen Leute auf ihn aktiv zugehen. Ja, aber wenn er sagt, bist du zwölf, Alter? Nö, wenn KuchenTV mit mir reden will, dann hat er mich gefälligst anzuschreiben. Also, erst mal, warum muss ich überhaupt mit jedem reden oder jedem ein Gespräch anbieten? Ist man nur diskussionsoffen, wenn man wirklich mit jedem redet? Also, das macht irgendwie auch nicht so viel Sinn. Lustigerweise kann er es bei Shuyoka verstehen, dass sie mit mir nicht geredet. Alter, er wäre bei mir immer an der falschen Adresse, weil ich bin sehr selten diskussionsbereit, weil ich einfach gar keinen Bock drauf habe. Ich mache ein Video, entweder du akzeptierst das oder du reagierst drauf oder keine Ahnung, aber dieses ständige, dann hier noch eine Diskussion zu machen und dann legt man sich das eh so zurecht, wie man das haben möchte, da habe ich eh keinen Bock drauf. Dara hat das auch angeboten, hier komm, lass mal miteinander diskutieren, lass mal, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Auch damals, Dekadent, früher, vor drei Jahren, da hat sich ja da Windchen zum Beispiel drauf eingelassen, wurde dann komplett fertig gemacht im Stream. Denkst du, ich brauche mir den Dekadent, ich hätte damals zu der Zeit mit dem Dekadent überhaupt reden können? Also ich hätte, er hat mich da so eingeladen, hätte ich dort ja gesagt. Also so habe ich mich einfach nur nicht getraut, alles war gut gewesen. Aber so wäre ich reingegangen und man wäre einfach nur fertig gemacht worden. Ja, das wäre es gewesen. Weil du hättest auch gar nicht wirklich dieses, ein wirkliches Mitspracherecht. Klar, ich habe auch viel Quatsch erzählt, gar keine Frage, aber nur mal so, man hätte da ohnehin, egal ob du im Recht bist oder nicht, hättest du kein Mitspracherecht wirklich gehabt. Deswegen, es sind oftmals auch Diskussionen, das hat ja auch schon mal Mimi gezeigt, der hat auch mal gesagt, weshalb er nicht mit einem Leon Machère diskutiert, weil er sich das dann einfach nur so zurechtlegt und alles nur so schön redet, obwohl gar nichts schön dran ist. Was mit Kuchen hattest du? Eins war schlecht. Mit Kuchen? Ich hatte mit Tobias Huch auf jeden Fall eins. Ja, ich hatte schon eins, zwei Gespräche, das ist jetzt nicht so, dass ich alles abgelehnt habe, aber ja, keine Ahnung, also weiß ich nicht. Also oftmals bringt es halt auch nicht viel und dann legt sich derjenige, das live eh so zurecht und man kann halt nichts dazu sagen, weil man hat ja jetzt nicht gerade die Gegenquelle direkt. Was hat? Ja, mit Kuchen damals beim Beef. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ausgegeben ist. oder was wir so richtig gesagt haben. Und wenn das bei mir das Gleiche wie mit dir ist, dass ich mit dir nicht rede, wäre ja auch Schuyoka nicht diskussionsoffen. Das ist, Digga, das ist so, als wenn man gegen ein Kleinkind argumentiert gerade. Das Lustige ist, dass ich auch genauso kindisch das Argument wieder umdrehen kann. Ich meine, du bist doch angeblich auch so diskursoffen. Warum hast denn du mich da nicht angeschrieben? Bist du nicht diskussoffen? Ich weiß, das ist wie mit so einem Kindergartenkind, aber Leute, das stimmt doch einfach. Ey, ey Mann, das ist wirklich, das ist wirklich schlimm, was ich hier mache. Ich verdiene so Geld, ne, das ist lächerlich. Aber ich freue mich drüber. Aber auch ein Monte ist ganz böse rechts und zwar deswegen. So, und Monte hat dann den, den Take, ja, kriminelle Ausländer raus. So, ja, was soll man denn dazu sagen? Das ist dann ein sehr viel... Er hat von Schwerkriminellen gesprochen. Aber warum denn raus? Wohin denn? Wenn ihr Heimatland kein Krieg, also wenn in ihrem Heimatland kein Krieg herrscht, dann kann man sie in ihr Heimatland zurückführen. Okay, warum sagt er dann Ausländer? Ich bin ja auch Ausländer vielleicht, theoretisch. Also ich bin zwar hier geboren, aber meine Eltern sind ja Ausländer. Und jetzt? Wenn ich jetzt eine Straftat begehe, soll ich auch das Land verlassen? Also erstmal hat er Schwerkriminell gesagt, das ist tatsächlich ein riesiger Unterschied, aber ein Herr so ein bisschen. Also, also, bei dem Thema streiten sich die Gemüter. Ich sag, wenn du hier eine Straftat begehst, wirst du halt hier bestraft, ne? Muss die absitzen, was dann passiert? Weiß ich nicht. Also, wenn die Resozialisierung nicht funktioniert, dann keine Ahnung, was dann passiert, aber, ja, also ich finde jetzt die Aussage nicht mal krass problematisch, zu sagen, Schwerkriminelle raus. So, weil du flüchtest aus dem Krieg, begehst dann hier Kriegerische Sachen, sag ich mal, dann kannst du theoretisch auch eigentlich direkt in den Krieg. Und wenn du dann halt dort dich selber hinbegibst, ja, oder in diese Lage begibst, dann bist du halt einfach dran schuld. Da hast du einfach diese Chance da verwirkt. Ich kann das, ich kann es auch, zwei Seiten kann ich da komplett verstehen. Und wir reden hierbei, Ausländer ist nicht gleich geflüchtet. Ja, ich glaube, wir wissen alle, ich glaube, wir wissen alle, auf was es hier hinaus lief, ja, bei der Aussage von Monti. Ich denke nicht, dass es darum geht, dass Menschen, die hier schon seit immer leben und deutsch sind einfach, ja, bloß halt ausländische Wurzeln haben, dass die damit gemeint sind. Lügen geht ja immer, wenn es die richtigen Leute trifft. Aber ja, Bro, wohin? Das ist wirklich... Also ich glaube, in dem Kontext, wie es Monti auch gesagt hat, war es nicht, ja, einfach Ausländer raus, sondern halt Flüchtlinge, die schwere Straftaten begehen raus. Ich glaube, das war einfach der Kontext. Weil ich glaube, es ging auch um, ich glaube, es ging auch um Migrationspolitik und um Flüchtlinge und so. Ich glaube, irgendwie sowas in der Art war das. Nicht eine gute Frage. Also, ein Ausländer ist eine Person, die keinen deutschen Pass hat. Also muss diese Person ja irgendeine andere Staatsangehörigkeit haben. Also kann man die Person ja dann wieder da hinbringen. Ist gar nicht so schwer, oder? Wenn du hier geboren bist, dann hast du ja automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft. Wenn du jetzt also als Deutscher dann schwerkriminell wirst, dann musst du halt hier bestraft werden und ins Gefängnis. Also wirklich, wie kann man das nicht checken? So, Junge, stellt das sich dumm? Aber eine Sache check ich generell nicht. Für Kirchow ist Monte jetzt rechts, weil er schwerkriminelle Ausländer abschieben möchte. Weil er bei einem Punkt vielleicht eine rechte Meinung hat, ist er jetzt komplett rechts, oder was? Monte kann ja auch in 15 anderen politischen Punkten komplett links sein. Aber das ist dann komplett egal, weil er ist bei diesem einen Punkt nicht eurer Meinung, also ist er rechts. Das macht doch gar keinen Sinn. Wie kann man den Leuten wegen einem Punkt einordnen? Er hat mal nicht automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft. Okay. Okay, also ich bin da ein bisschen zu unwissend, was es angeht. Das sage ich euch ganz ehrlich. Deswegen könnt ihr jetzt von mir keine Expertise verlangen. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, man bekommt die... Ja, wobei... Nee, nee, stimmt. Die bekommt man nicht. Also es macht auch... Von der Logik her. Also stell dir vor, du flüchtest beispielsweise, bist seit einer Woche auf der Flucht und gebärst dann hier das Kind. Würde ja dann bedeuten, dieses Kind bekommt automatisch direkt die deutsche Staatsbürgerschaft. Ich weiß nicht, wie es dann so abläuft. Frühestens nach fünf Jahren. Ja, irgendwie so. Das war ja so die Regel, ne? Deswegen, das ist auch richtig geil. Kennt man auch unter anderem beim Fußball, ne? Mit der Nationalmannschaft. Okay, du bist fünf Jahre hier und dann bist du... Dann kannst du dich dann praktisch entscheiden. Ähm, wenn du die Staatsbürgerschaft hast. Ähm, ja. Gut. Weiß ich jetzt aber nicht. Also, Mann. Das ist jetzt Schuyoka und Freiraum... Ich will auch nichts erzählen, was Quatsch ist, ne? Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. ...die immer mal wieder und jetzt sogar noch Thema sind. Ich meine, KuhnTV hat jetzt schon wieder ein Video über Freiraum Reh gemacht, in der Hoffnung, dass sie darauf reagiert, damit er dann noch mal Content für einen Monat hat. Das ist halt ziemlich klar, was da passiert. Ja. Bro, mir ist bewusst, dass Freiraum Reh im Leben nicht auf meine Videos reagieren würde, weil die überhaupt nichts dazu sagen kann. Weil das ihr komplettes Weltbild zerstören würde, weil die so doppelmoralisch unterwegs ist, dass man sich das eigentlich gar nicht vorstellen kann. Ja, natürlich ist das für mich auch einfacher Content, den ich erstelle. Was denn sonst? Und ich mache halt generell gerne Videos über solche Themen, was soll ich euch sagen? Lustigerweise kann man das, was Kürtjo sagt, auch genauso darauf beziehen, dass ich Videos über MikkelTV mache, über Rohart oder über ex andere Leute. Aber da scheint es kein Problem zu sein. Aber wenn ich Videos über Freiraum Reh oder Shoyoka mache, dann ist das ganz schlimm. Aber nur bei denen. Wie gesagt, bei allen anderen ist es okay. Was kann ich abschließend dazu sagen? Ganz ehrlich, Leute, ich weiß es wirklich nicht. Kürtjo lebt so krass in seiner eigenen, verblendeten Realität, dass ich wirklich nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Er hat mich wirklich einfach sprachlos gemacht. Ich hoffe einfach, dass die Clips und die Aussagen von Kürtjo hier für sich sprechen. Und ich weiß nicht, eigentlich würde ich schon gerne mal live mit dem reden, weil das ist, glaube ich, nur lustig und würde bestimmt auch Klicks geben. Also ja, du kannst mich gerne anschreiben, wenn du diskursoffen bist. Wenn nicht, dann ignoriere das einfach. Was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Bis dann, meine Freunde. Ja, also was will man dazu sagen? Also es ist ja wirklich, ich wusste nicht, dass Kürtjo überhaupt so ein Gespräch hatte, aber das ist ja nur unangenehm. Real Talk. Also das war ja so viel, so schlecht einfach gewesen. Autsch, Autsch, Autsch. Ja, muss dringend los an der Stelle. MUZIEK. Ja, da. Tschüss, Autsch.